Jetzt wird es die Übergabe geben, Andy, House City. Hier, Albert ist dabei, das EM-Maskottchen, wer es noch nicht kennt. Albert, geh mal vielleicht nach vorne hin, um die Maskottchen zu stecken. Albert, geh ruhig dazu, dann haben wir ein noch schöneres Fotomotiv. Guck mal, wie konzentriert Philipp und Celia den Pokal festhalten, dass er ja nicht runterfällt.